Ich ging in den Heidewald allein Da hörte ich die Raben schreien Der eine krägt's dem anderen zu Halten wir festmalig und du Der eine krägt's dem anderen zu Halten wir festmalig und du In Moses feucht liegt unbewahrt Er schlag in Alitter seit heute Nacht Und niemand sah in einem Waldesgrund Nur sein Falke und sein Horn Ich ging in den Heidewald allein Da hörte ich die Raben schreien Der eine krägt's dem anderen zu Halten wir festmalig und du Der eine krägt's dem anderen zu Halten wir festmalig und du Sein Falke mocht ihn niemals gern Liebend und nun ohne Herr Servus und Christi hier aus dem Winterlichen Wald in Scheyern Ja ihr seht jetzt Sommerfrisur aber Gott sei Dank habe ich meinen Warmen Winterhut dabei und den Sieg jetzt gleich wieder auf weil es Schneibt da freue ich mich gerade Zwar drüber weil es auch ein schöner Pulverschnee ist aber morgen in der Früh um halb fünf wenn ich dann an der Arbeit fahre sehe ich das bestimmt Willkommen zum ersten Video 2021 Hier auf meinem Kanal ich wollte Einfach mal Grüße rauslassen und Hoffe ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet vor allem gesund und Wohlbehalten jetzt war es auf meinem Kanal natürlich wieder ruhiger Klar in den Wintermonaten ist man Vielleicht nicht ganz so viel Unterwegs und vor allem hat einem ja Auch unser Lieblingsvirus da ein Bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht sage ich mal weil Ich tatsächlich mit meinem Arsch Größtenteils zu Hause geblieben bin Zu Weihnachten am Ammersee bei meinen Eltern bei meiner Schwester da sind Dann aber bei so ein paar Wanderungen Keine Videos entstanden das war Einfach Familienzeit Qualitätszeit Und ansonsten sitze ich bei mir Relativ allein daheim in der Wohnung und gehe ab und mal mal hier Raus in den Wald aber die Entscheider in der Wald den kennst Ihr jetzt von den anderen Videos Schon relativ gut eventuell auch hier Den Lagerplatz da habe ich schon Mal eine schöne Übernachtung gehabt und ja ich möchte jetzt Einfach hier die Gelegenheit nutzen Und einen kleinen Tee kochen vielleicht Mit dem Feuer das weiß ich nicht ganz Genau weil ich es heute Was ich jetzt hier gefunden habe ist Alles sehr nass ansonsten hätte Jetzt hier ganz neu dabei ein Schweizer Notkocher da habe ich Jetzt schon verschiedene YouTuber gesehen und auch persönlich mal Ein Tipp gekriegt dass ich das Mitnehmen soll das wollte ich jetzt Unlängst ausprobieren es ist Allerdings bei minus drei grad schon Ein bisschen kühler das weiß ich weiß nicht Ob der ganz genau brennt jetzt Schauen wir uns das mal an und ja Jetzt stelle ich mal kurz die Kamera um Und dann machen wir ein bisschen Feier und dann Tee und dann quatschen wir weiter So und ihr seht es schon ich mache es Mal jetzt relativ einfach ich habe das Ein bisschen Zundehilfe dabei da werden wir Ein bisschen runterbrocken und schauen Mal das kleine Buschbergsal damit an kriegen Jetzt kommen wir uns gleich Und dann machen wir den Dann setzen wir uns mal den Bechern auf mit dem Wasser. Und was kommt bei mir bei so einem winterlichen Tee rein? Ein bisschen Ingwer. So, das sollte schon gelangen. Dann ein wenig Zitrone. Und normalerweise könnte man da auch noch eine Fichtennadel rein tun oder Tannennadeln. Ganz gerne mag ich zum Beispiel Douglasie. Die schmeckt noch ein bisschen orangiger, zitroniger. Und ja, dann kann man sich da einen super Fichtennadeltee kochen. Allerdings möchte ich heute tatsächlich einen schwarzen Tee dazu haben. Und den tun wir auch gleich mal rein, dass ich das schön durchziehen kann. So. Wups. Darin ist er. Und das Deckele drauf. Und das Feuer brennt. Wo ich es gerade da habe. Ich wurde auf Instagram öfter schon mal gefragt, was denn einer meiner Lieblingsausrüstungsgegenstände ist. Jetzt hat mich vor einiger Zeit Darksider on Tour schon nominiert, dass ich meine 10 Lieblingsausrüstungsgegenstände vorstelle. Das Video wird auch demnächst kommen. Ich musste da bloß ein bisschen was nacharbeiten. Das hat mir teilweise nicht so gefallen, wie ich es präsentiert habe. Deswegen bitte ich euch da noch um Geduld. Aber wirklich einer meiner liebsten und auch tatsächlich Ausrüstungsgegenstände, die ich am meisten draußen habe, ist hier das Victorinox Ranger Boots 55. Ganz einfach, weil es eine wirklich saubere Klinge hat. Zum Schnitzen, Schneiden, wunderbar geeignet. Also so richtig allrounder. In einer hervorragenden Schärfe wird es angeliefert. Ist eine feste Klinge. Hier noch mit einer schönen Stütze für den Finger. Beim Schnitzen ganz hilfreich. Natürlich hat man dann die Dosenöffner, Schlitzschrauben CAC da auch dabei. Fest irritierte Klinge, die man auch wieder einklappen kann. Und was eben halt sehr gut ist, finde ich, ist die relativ große Säge. Und für so kleine Lagerungen, wie jetzt hier mal einen Tee kochen und ein bisschen kleines Holz machen, reicht das komplett aus. Wie gesagt, das ist jetzt keine Werbung oder sowas in der Richtung. Das Ding habe ich immer selber gekauft. Das habe ich seit Jahren und bin echt rundum zufrieden damit. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Richtig schöner, warmer Tee. Oh ja, gut warm. Und hat jetzt auch ganz gut geklappt hier mit dem Feuerchen. So. Dann werden wir langsam mal den Tee genießen. Hier das Feuer ausgehen lassen. Weil ich bin heute schon ungefähr 10 Kilometer hier im Wald und quer durch den Wald unterwegs gewesen. habe jetzt schätzungsweise noch 8 Kilometer bis ich wieder im Auto bin. Ich wollte jetzt eigentlich heute Sonntag, eigentlich von Samstag auf Sonntag eine Waldübernachtung machen. Weil ich habe mir tatsächlich einen Schlafsack gegönnt. Quasi ein Weihnachtsgeschenk an mich selber, der bis 15 Grad minus ungefähr Komfortbereich hat. Einige von euch werden jetzt vielleicht schon erraten, was denn das für ein Schlafsack sein könnte. Ich muss allerdings gestehen, in der kalten Winternacht zu übernachten, da habe ich relativ wenig Erfahrung damit. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das gemacht habe. Und jetzt haben wir hier tatsächlich in der Gegend in der Nacht immer so zwischen minus 7 und 10 Grad. Das heißt, mit dem Schlafsack, den ich noch nicht kenne, mit dem Schneefall, den wir jetzt hatten, war mir das jetzt eigentlich etwas zu heiß. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn ich dann abbrechen möchte und wir hier in Bayern ab 21 Uhr eine Ausgangssperre haben und ich dann heimfahren muss, ist das natürlich nicht so ein Zweck der Sache. Und das Zweite ist natürlich die Ausgangssperre an und für sich. Wie gesagt, ich bin bis jetzt immer sehr brav mit meinem Hintern daheim geblieben. Ich werde das jetzt auch erstmal noch beibehalten. Und ja, dann entspricht es einfach nicht den Regeln, hier um 21 Uhr im Wald herumzulungern. Auch wenn man dann sagen kann, okay, wer kommt hier schon vorbei, wer sieht einen, wo kein Kläger, da keine Strafe. Aber es muss ja bloß irgendwas passieren. Es muss bloß, dass ich abbrechen muss. Es muss bloß sein, dass ich mir in den Finger geschnitten habe und dann irgendwie die Not aufnehmen muss. Dass der Jäger oder Förster, die vielleicht beruflich hier um die Zeit noch sein dürfen, vorbeikommen und einen ansehen. Und ja, so habe ich, sag ich mal, die Vernunft verhalten lassen und habe das jetzt noch ein bisschen geschoben. Aber eine Frage an euch. Ich hätte jetzt da gern eine Hängematte übernachtet. Ich habe eine Amazonas-Hängematte und habe da auch ein Underquilt dabei. Ich habe eine aufblasbare Thermosmatte, die eigentlich auch für bis zu minus 5 Grad Bokeh sein soll. Und ich habe das Wing-Tab und dann eben halt mit dem Clarity Farm Schlafsack. Eventuell den Schlafsack noch in den Biwax rein. Das muss ich mal schauen. Hat jemand von euch schon Erfahrung, wie das denn ist, in der Kälte mit der Hängematte zu übernachten? Könnt ihr das empfehlen oder würdet ihr eher ein Bodensetup vorschlagen? Das würde mich mal interessieren. Falls ihr Lust habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wie geht es eigentlich? Wie geht es also? Kann es nicht? Wenn ich mich über eine Schlafsack oder eine Schlafsack hier habe, fälle sich nicht ohne Handeln schlafen. Wie geht es? Ich habe noch eine Sache mit der Böden, welchen Vorteil an den Schein haben? Ich fälle mich ab, das ist ganz warm. Die Wahrheit ist hier nicht so. Da ist noch nicht sicherlich. Ich kann das eine Schlafsack mit. Das ist ein Samml thunder. Und der war in die Schlafsack mit der Böden zur pause im wald ist was schönes und auch der warme tee hat gut getan trotzdem ist mir jetzt kalt also komm auf dem ein bisschen per tempo vorlegen dass uns wieder warm wird ich würde mal sagen der freund hat schon ein paar jährchen auf dem buckel ja ganz schön groß der freund weißt du was ich habe ich gedacht ich kenne mich hier in dem wald relativ gut aus aber jetzt bin ich doch einiges noch querfeld eingegangen also in dem wald hinein nicht in den wegen und nicht in rückegassen und etwas peinliches zu sagen ich glaube ich habe ihn ein bisschen verfranst keine ahnung wo ich gerade richtig bin wo ich jetzt dann gleich rauskommen wird aber naja das gute ist hier die wildnis ist nicht so riesengroß irgendwo werde ich schon rauskommen wo ich mich dann wieder auskennen junge junge was ist denn das heute wieder für ein tag hei 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 so leute mit meinen ganzen survival skills habe es jetzt geschafft mich hier quer durch den wald zu schlagen ich weiß nicht ob ich das nicht erkennen kann das ist ein hügelgrab der alten kelten also soll man ein bisschen stillt nicht dass wir es wecken und jetzt weiß ich ungefähr wo ich wieder bin und kann quasi mit den himmels richtungen mein weg weiter bestimmen also mal Glück gehabt survival lohnt sich so jetzt bin ich erstmal positiv überrascht dass das auto nach der ganzen zeit tatsächlich noch so schneefrei ist es waren es doch knapp 20 kilometer dadurch dass ich mich natürlich auch ein bisschen verfranst habe ja wir haben sowas passieren kann weiß ich auch nicht aber ich war tatsächlich sehr überrascht wo ich wieder raus kam und ja den weg kannte ich dann wieder und dann war es alles kein problem jetzt möchte ich noch drei sachen sagen erstens einmal ein großes sorry wieder weil dieses video wird wenn es online geht tatsächlich wieder so wegen chaos video sein es ist nicht ganz so durchgezogen und ich mir das vorgestellt habe schlicht und einfach weil die technik ein bisschen spinnt die sony die möchte nicht so wie ich das möchte ich vermute es liegt vielleicht an der feuchtigkeit und an der kälte da hat es mit weiß abgleich nicht ganz gepasst die blenden das war ganz kompliziert und auch das objektiv wurde nicht immer erkannt und dadurch die aufnahme abgebrochen deswegen war ich mir nie sicher was ist jetzt drauf auf dem gerät was ist nicht drauf und ja das hat ein bisschen zum unbehagen gefühlt zum zweiten war wirklich sehr viel los und ich fühlte mich überall so ein bisschen beobachtet auch hier sage ich mal den endcard wollte ich jetzt nicht unbedingt vom auto machen aber überall da wo ich mir vorgestellt habe ist echt viel los und ja ich möchte jetzt nicht unbedingt der menschenmasse hier zu euch sprechen oder zu dir sprechen und deswegen habe ich es jetzt vorgezogen hier an dem parkplatz wo tatsächlich recht wenig los ist oder gar nichts los ist gerade das zu tun ja und genau das zweite was ich tun möchte ist mich recht herzlich bei euch bedanken ihr seid mittlerweile echt wirklich 60 61 62 leute die mich seit einem halben jahren etwa abonniert habt und die mir treu folgen dafür wirklich großen dank auch dafür dass ihr immer auf videos wartet auch wenn es länger dauert auf euer tolles feedback und für die ganzen daumen nach oben und die abos wie gesagt das macht so viel spaß und ich werde jetzt mal schauen dass wirklich öfters was kommt und dass das auch von der qualität her besser wird das ist ja auch mein eigener anspruch und ja freue mich dass ihr dabei seid wirklich super großes dank dafür und als drittes jetzt danke dass du dabei warst heute ich hoffe es hat dir einigermaßen gefallen und über feedback bin ich natürlich immer dankbar über kritik natürlich auch gerne ich werde jetzt heim fahren werde mir einen heißen schönen tee noch mal kochen mich dann auf mein sofa begeben und einfach ein bisschen die füße ausruhen war tatsächlich jetzt mit dem schnee und dem unterholz anstrengender als ich dachte und ja ich hoffe wir sehen uns bald wieder und ich freue mich auf dann bleibt gesund bleibt fröhlich geht raus körper und geist bleiben zu euch banken schön dass du noch mal da bist es trifft sich gut ich sitze gerade daheim und schneide das video von meinem waldspaziergang mit dem tee kochen und da ist mir eingefallen ich würde gerne von einer jungen band die ich wirklich sehr schätze und der musik ich sehr gerne mag ein titel mit einfügen ja ich habe da die erlaubnis dazu und hoffe dass ich in zukunft auch öfters mal wieder von ihnen verwenden kann und damit meine videos unterlegen es handelt sich um die band leonea und zwar machen die so ein bisserl volk und mittelalter musik schreiben ihre texte selber und spielen auch die musik selber ein sie können aber auch sehr schöne interpretationen machen von popmusik und rockmusik und ja sind mir sehr sympathisch ich verlinke euch gerne mal ihren instagram auftritt und ihren facebook auftritt sie sind auch auf twitch vertreten und auf youtube das ganze packe ich euch in die video beschreibung ein auch ihre eigene webseite mit ihrem eigenen store wo sie zum beispiel ihre erste cd die sie selber gemacht haben präsentieren und man kann die natürlich da auch käuflich erwerben ich habe das lied rahmen des heidewaldes in mein video eingefügt also wenn ihr wissen wollt wie es weitergeht oder was die noch alle spielen dann guckt doch mal bei ihnen vorbei das soll jetzt keine werbung sein ist es eher so ein bisschen ein danke dass ich eben halt ihre musik verwenden darf da freue ich mich sehr drüber und ja zudem der album der hat auch einen eigenen outdoor kanal und einen gier kanal den packe ich euch natürlich auch noch gerne in die beschreibung rein guckt mal bei ihnen vorbei der macht wirklich auch klasse videos ist ein ruhiger total netter typ der ahnung hat von dem was er erzählt also ganz anders als ich ich wünsche euch jetzt noch einen schönen tag und ja man sieht sich bald wieder